Eine neue Rollerbatterie ist fällig. Vergleichen wir einfach mal eine Bleibatterie gegenüber der neuen Generation Lifepo 4, sprich Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie abgekürzt. Die ist übrigens die linke umweltschonend, da sie kein Blei bzw. Säure enthält. Zudem kann man sie in jeder Lage verbauen. Gegenüber rechts die Blei- oder Gelbatterie. Mit dem eingebauten BMS, sprich Batteriemanagement, steuert bzw. korrigiert die Batterie ständig ihre Leistung, sprich beim Laden. Ein Umbau ist nicht erforderlich, außer die Höhe oder Breite kann mit diesen mitgelieferten Blöcken, die selbstklebend sind, ich habe es schon oben ein bisschen weggemacht, verbaut werden, um die Stabilität besser zu erreichen, damit sie im Batteriekasten nicht umherfliegt. Die Bleibatterie wiegt ca. 1650 Gramm. Eine Gewichtseinsparung gegen die LiPo 4 Batterie, wie du sehen kannst, 74 Gramm ist rund ein Viertel. Zudem ist die LiPo Batterie belastbarer als die Bleibatterie. Das kommt beim Start zugute, vor allem wenn du einen größeren Roller hast, der schwer anläuft. Die linke LiPo Batterie muss natürlich mit einem Lithium Batterie Ladegerät geladen werden, nicht mit einem normalen Ladegerät. Hier unten findest du natürlich wie immer einen Link für die Batterie sowie das passende Ladegerät für dich zum Bestellen. Die Anschaffung der LiPo 4 Batterie ist natürlich geringfügig teurer, aber die längere Lebensdauer macht die paar Euros gleich wieder wett. Die LiPo 4 Batterie hat zudem eine geringere Selbstentladung gegenüber dem Bleiakku. Ausgebaut sollte sie ca. 2 Jahre halten und kann sie wieder einbauen, um sie zu nutzen. Ebenfalls hat die LiPo 4 Batterie kein Memory-Effekt gegenüber den Bleiakkus oder Gelbatterien. Zudem hat die LiPo 4 noch eine Ladestandsanzeige der Leistung. Man drückt hier einfach drauf, wie du siehst. Drei LEDs leuchten, das bedeutet Full. Zwei wären Met und eins Low. Das bedeutet, man kann es schon kurz lesen, niemals die Batterie laden über 15 Volt. Wann die Leistungsanzeige Low oder Met angibt, muss die Batterie geladen werden. Weitere Kennzahlen Sicherheits- und Ladungsrichtlinien mittels des Herstellers unbedingt beachten. Wie bereits schon erwähnt, kannst du unten im Text hier alles bestellen, von der Batterie an bis zum passenden Ladegerät. Vor- und Nachteile gibt es immer, auch bei der LiPo 4 Batterie. Das heißt, im Winter oder bei Kälte unter 5 Grad geht die Leistung stark herunter. Diese Batterie ist bestens geeignet eigentlich nur für Saisonfahrer, sprich Sommerfahrer. Wer natürlich eher ein Jahresfahrer ist, auch im Winter bei minus 5 oder 5 Grad, ist es natürlich besser und von Vorteil, die altbewährte Bleibatterie, sprich diese hier weiterhin zu verwenden. Was man natürlich auch noch beachten muss beim Anschließen, das heißt, erst minus, dann plus. Beim Abbauen genau andersherum, erst plus entfernen, dann das Minuskabel.